Es ist Silvester und es geht ordentlich ab, es wird ordentlich geböllert und geknallt. Man sieht so, was man alles haben kann von den Fontänen, mittlerweile ganz gute Sache, dann die klassischen Böller, die immer wieder einem um die Ohren fliegen, bis hin zu Raketen, wo man sich denkt, alles was hochgeht, muss ja auch irgendwann mal wieder runterkommen. Und aus medizinischer Sicht ist es doch leider so, wo all das, was hier steht und so wunderbar bunt leuchten kann, kann zu Verbrennung führen, Verlust von Körperteilen, Verletzung von Körperteilen, die dann eben nicht wieder heilen. Das Auge zum Beispiel, zu Knalltraumata, dass es zum bleibenden Tinnitus kommt und so weiter und so fort. Also es ist leider so, dass man so ein bisschen Vernunft weiten lassen sollte. Nur ist es Silvester eben auch so, dass die meisten schon klein drin haben. Man ist dann doch sehr hingerissen, wenn dann irgendwelche Familienväter in der kleinen Siedlung meinen, sie müssen da komplett hochrüsten und ein Wettrüsten stattfinden, wer jetzt die dicksten Raketen hat. Dann ist eigentlich das schlimme Ende vorprogrammiert, muss man ganz ehrlich sagen. Und das sehen wir immer wieder in der Notaufnahme. Und gerne auch schon vor 24 Uhr, muss man sagen. Also es fängt dann auch wirklich dann schon an, wenn Böller gekauft werden können. Und auch ganz viel immer noch am Neujahr. Worauf sollte ich achten, wenn ich Böller? Was ist aus medizinischer Sicht, damit irgendwie nicht irgendwie die Fingerkuppe vom kleinen Finger fehlt oder irgendwie der rechte Hoden kaputt ist, weil mir das Ding in der Hosentasche losgegangen ist, auch schon alles gesehen. Worauf soll ich achten? Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Erstmal Sachen kaufen, die legal sind, nicht irgendwas. Und wenn es einmal angezündet war und es ist nicht hochgegangen, nicht nochmal probieren. Das ist, glaube ich, jeder zweite Satz, den ich höre, wenn es mit so einer blutigen Hand reinkommt oder so oder irgendwie komplett verspringelt im Gesicht. Ja, ich wollte nochmal nachzünden. Das ist wirklich schlecht. Und dann gibt es ja hier Gebrauchsanweisungen. Gegenstand senkrecht, so auf festen Ebenen, Bodenstellen, dass Füllung ungehindert. Ist ja nicht so schwer. Also ich erwarte ja gar nicht, dass jeder einen Beipackzettel von Medikamenten liest. Aber die kleinen, kurzen Anleitungen, die auf sowas draufstehen, die kann man schon wirklich lesen und dann einfach mal schön alles abfeuern. Und dann in Maße. Und ganz, ganz wichtig, ich habe ja als Junge, boah, ich habe zu Hause die Böller aufgebrochen, dann da irgendwie das Schwarzpulver rausgeholt und sowas. Also das ist wirklich, das ist saugefährlich. Das ist bei Kindern, was ich damals, das ist zum Glück alles gut gegangen, aber was man da alles falsch machen kann und wie die Kinder, wenn so eine kleine Kinderhand, also jetzt bei mir so eine Hand, ja, wenn da der Böller losgeht, dann kann ich es natürlich irgendwie auch mal wirklich eine Wunde hinterlassen. Aber bei so einer kleinen Kinderhand, das ist halt wirklich arg. Und was auch wahnsinnig häufig ist und wahnsinnig nervig ist, Tinnitus, weil dann so ein Ding neben dem Ohr hochgegangen ist, das ist auch extrem nervig. Also deswegen wirklich darauf achten, Sicherheitsabstand, einfach die uralten Benimmregeln, Kinder zurückhalten, irgendwo einen sicheren Bereich aufbauen, gerne mit den Kindern böllern, aber wirklich darauf achten. Und ansonsten gibt es ja hier auch so harmlose Sachen wie die Knallerbsen, mit denen ich jetzt gleich nochmal meine Kollegen und das Pflegepersonal ein bisschen auf den Flur mitglücken werde. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020